Burgerbette? Burgerbette Burgerbette Alter! 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 Scheiße! Scheiße! Ich bin weg, Mann! So, wie isst man denn jetzt? Ja, wie ein Döner, Alter! Kann ich nicht sehen! Na, schwächelst du schon? Hab doch noch nicht mal angefangen! Ja, so sieht es nämlich auch aus, als wenn du nicht mal angefangen! Superman macht dich fertig! Du weißt schon, dass du hier nicht im Sternerrestaurant bist, du kleines Mädchen? Du isst doch auch mit Messer und Gabel! Ja, aber du isst Stücken da... Ich bin kaputt! Ich bin so ein Frühstück! Bist du heute der Joker? Der Joker! Ich gebe dir gleich den Joker! Kleiner Pinguin! Das Problem ist echt, dass ich meinen Mund nicht sehe, ne? Das Problem ist, dass du keine Pussyblitz da hast! Das Problem ist, dass du keine Pussyblitz da hast! Direkt vor dir! Alter! Ich lebe nicht! Ich kann gar keine dummen Sprüche reißen, weil ich mich so aufs Essen konzentrieren muss! Ja, du musst noch ein bisschen was bringen jetzt, Alter! Daher ist er komplett zerpflückt! Batman, was los mit dir? Ich, Alter! Loser! Ich möchte nochmal erwähnen, ich bin der mit der Sehbehinderung hier bei dem Spielchen, ne? Aber das ist nicht die einzige Behinderung in der Art! Ja, da gibt es noch diverse andere! Aber sowas sagt man ja nicht! Aber dieser Wasti fickt einen richtig! Früher rumstocherst wie so ein abgemagertes Model im Salat! Immer unter Superhelden, ne? Nee, ist schlecht! Kamera ist aus! Ach komm, so viel ist es ja gar nicht mehr! Naja, also bei mir nicht, aber... Mein Fleisch ist weg! Hier ist überall Fleisch! Ach so, das ist das Rosane! Ich mach mir da jetzt ne Suppe draus! Löffel die Scheiße weg! Lecker Bettensuppe! Weißt du, was zum stenzen teacher ist? Ja bei mir dann Ahe, 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 Ahe! Ahe, Ahe, Ahe! Ahe, 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 Ahe! Ich hoffe, mein ist ein bisschen warm. Wir haben jetzt tatsächlich noch einen Nachtisch bekommen. Was ist das denn? Das ist wahlweise was zu essen, aber weil du satt bist, ist ein Anal-Dellung. Der ist doch schon benutzt, wie kann ich das? Das ist vorbei. Du bist echt so ein Mädchen, das ist der halbe Burger. Der Burger liegt ja noch. Willst du mich verarschen? Was ist denn bei mir noch da? Der halbe Burger? Oh, das ist ja Fleisch. Sind wir fertig jetzt? Weil ich muss echt mal die Maske abnehmen. Das steht mir nicht falsch. Das ist alles mega lecker, aber es ist einfach zu hart. Es ist halt mega Mädchen. Es ist halt zu hart. Superman hat den Burger übrigens auch nicht geschafft. Ich hab mal aufhören bei Google. Ich mach schon meinen halben Donut dazu. Das war die Taktik. Ich mach weiter. Burger im Gesicht, oder was? Und zwar 10 UCI Batman vs. Superman Filmpakete bestehend aus 2 Eintrittskarten für den Film und einem 10 Euro Verzehrgutschein, wenn das nichts ist. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist diesen Kanal abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben geben. Außerdem drittens, gut aufgepasst, schreibt uns unten in die Kommentarbox rein, wer denn dieses epische Battle gewinnen wird. Batman oder Superman. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den nächsten Videos und wir sehen uns. Tschüss. Hallo, herzlich willkommen bei Schnäppchenfuchs. Ich bin der Felix und ich erzähle euch heute wieder, wo ihr die heißesten Schnäppchen bekommt. Christian, danke. Das ist doch die Idee von Schnäppchenfuchs, oder?